Hallo Freunde! Ich darf doch Freunde sagen, oder? Also, jetzt wird es langsam wieder kalt. Oder es ist kalt, glaube ich. Jetzt jädet wieder los, jetzt jädet wieder ab. Wir haben dieses Jahr ein Liedchen, was wir spielen werden. Und das ist das Lied Wunder. Und ich wollte euch mal zeigen, weil ich so viele Einsendungen bekommen habe. Also, Briefkasten war ein Päckchen, Briefe, E-Mails. Und die wollten alle wissen, wie geht das Solo von Wunder. Es ist natürlich so, dass dieses Solo selber auf einer CD oder auf der CD eine Momentaufnahme ist. Und es kann halt immer mal da und hier und hier und da mal variieren. Und so, jetzt zeig ich euch mal, wie das geht hier. Musik So, das war jetzt exakt ungefähr fast gleich das Solo mit dem Playback. Also, ich mach dann nochmal. So, nochmal. So, das war jetzt. So, das war jetzt. So, das war jetzt. So, das war jetzt. So, dann ist es halt. Komm mal, was auf. Macht Spaß. So, das war jetzt. So. So, vielleicht haben es ja einige kapiert. Vielleicht auch nicht. Ähm, ja. Tschüss. So, das war jetzt.